1. Schlau! 1. 2. 10. 11. 5. 10. Die in der garderobe um selbst gemachter anzug hier nur feinste also und daher die tour bald vorbei ist und menschen die nicht dabei sein können wollen ja bestimmt auch sehen was da passiert deswegen könnt ihr jetzt hier auf dieser gehen und die machen halt so ein bisschen story über das ganze viel spaß dabei wir haben die schleierhalle zerstört und jetzt zerstören wir das nice bad motherfucking shit leg auf und die ganze squad kommt mit kommt ihr auch ok das ist die beste seite der welt was hat hat ja 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 Baby? So, nachdem ja gestern das Geschrei groß war, gibt es heute wieder mein T-Shirt mit Autogrammkarte natürlich, es gibt aber leider kein, äh, was gibt's, S nicht mehr. S ist ausver... S nicht mehr M mit XL gesagt. Und weil ja immer so viele fragen, wie krieg ich das denn und wo ist denn dieser Stand? Ihr rennt ein... Wenn man aus mir kommt und ich bin hier im Foyer in der Schneierhalle und mein Foyer ist voll ein T-Shirt mit Autogrammkarsch. Zuschlagen! Irre! Uh, gleich geht's los! Egal wo wir sind immer, oder? Wir sehen einfach immer Schaus, oder? Wir sehen einfach immer Schaus, oder? computers tabern 선nen und dem mit? Wir sehen einfach immer Schaus, oder? Wir sehen einfach immer Schaus, oder? Wir sehen einfach immer Schaus, oder? Wir sehen einfach immer Schaus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020